Guten Abend zusammen. Flado, wie richtest du die Mannschaft jetzt wieder auf? Heute in der Garderobe, vielleicht über die nächsten Tage? Sicher, ich habe schon mit der Mannschaft ein bisschen gesprochen. Ich spreche. Es ist vorbei. Und dann haben wir eine letzte Frage. Hallo, Herr Oppen. Ja, einige haben versucht, das als Fokus zu nehmen und das zu kommentieren, weil wir alle Maßnahmen getroffen haben, aber das, ob jemand so oder so macht, da geht auch ein bisschen in Menschenrechte und da müssen wir das auch aufpassen. Unsicherheit gezeigt, was normalerweise ist, nicht unsere Charakteristik. In der Schweiz wäre nicht an 100%. Ich hätte zu viel gesprochen. Ich spreche. Ich spreche. Ich spreche. Ich spreche. Ich spreche. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, dann danken wir euch und wünschen einen schönen Abend und bis am Sonntag.